auch jeden mit den beiden raptoren und wir stehen immer noch vor den raptoren wollte ich gerade sein und ja dann machen wir sie mal fertig jetzt aber da einmal alphasen kann ich mir vor aber da kann ich mir vorstellen wenn der Alpha kommt die war der Skelettjahre das gelettet doppelt so schnell doppelt so stark er ist keine Chance und Alpha war auch noch nicht Alphaskelett oder nicht und aus dem Weg oder Zeitmann Alpha AH Alha Alha LTH ja aber lassen sich die wirklich erst mal zurückbringen und lass uns die Sattel machen dann haben wir wenigstens schon mal wieder zwei starke also sie müssen auf jeden Fall die muss erst mal zurückgebracht werden laurig und dem X-Kordio dass die Großartigus waren der Alphaskelett fast doppelt so groß wie die Nettobel zu groß wie die also ein Alphorn als Klinik ist ein bisschen perverser der doppelte Spiel war schon fast so groß wie ein T-Rex muss man noch zu sagen also das ist schon aber nur als skelettig ne also schön nur die Klochen naja und gelbe Augen oder so ein scheiß aber ich hatte das Vieh Rote oder Rote ich weiß gar nicht. Ja rote Augen hat das Vieh gehabt Ekelacht hatte. Hab die Beine? Weil die normalen Alphas sind ja normalerweise Ich bin die letzte Front hier Alphas wieder. Gehen wir weiter. Nein ich hab Blut Nein ich bin eben die letzte Front sein. Ich beschütze sie jetzt mit Trailer sicherlich schieße sondern in der Ex-Ball-Tierchen mehr ist doch nice. Jetzt brauchen wir irgendwann noch was größeres raus. Was ist das für ein Juni? Da kannst du noch ordentlich Fleisch raushauen. Oh ich muss immer was naschen hier. Paar Bärchen hier. Paar Bärchen hier. Ah die sehen cool aus die Beine muss ich sagen. Ach du Scheiße. Was denn? Ein Skelett Stego und ein Kanu alter. Wat? Ein Skelett von. Wie jetzt? Der Skelett Stego ist down. Das ist ein T-Rex. Das ist ein T-Rex da vorne. Das zählt jetzt nicht. Doch das ist ein T-Rex. Ich glaube ich auch. Digga da war ein T-Rex da war kein Kanu. Du kannst sagen der hat aber... Digga da müssen wir weg. Das war ein Kanu. 100%ig war das ein Kanu von... Echt? Also wenn das ein Kanu ist dann haben wir vielleicht noch ne Chance dass wir den erledigen aber... Die viel wird daheim mit deinem Fahrer. Ja aber warte warte. Alpha folgt. Der geht aber bei Blue und Alpha gleich rauf ne? Pfeifen. Pfeifen. Zurückpfeifen. Ne ne geht doch schon. Passt alles. Passt alles. Passt alles. Die Regeln schon die Jungs. Die Regeln die Jungs. Die sind gut. Die sind stark. Ja hoi. Ronny wird auch sagen können T-Rex gewesen sein. Auch das andere Vieh, Alter. Hoffentlich steht der nicht hier um die Ecke, Alter. Der ist weg. Renn, 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 renn. Ich würde sagen wir rennen einfach, Alter. Ist mir scheißegal jetzt hier. Der Skelett Stego, Alter. Wird die hart, Alter. Wird, würde denn da geben, Alter. Knochen, kriegst du aus den... So, das sind die Halloween-Viecher oder was? Naja, da kriegst Knochen raus. Ne, komm weiter, komm weiter. Und weiter, komm weiter. Scheiße, halt dich daran nicht auf an dem Vieh. Daniel, der andere T-Mail war wirklich, der glaub ich war, war was hartes. Kommt er uns hinterher, alle? Da kommt... Es aber jetzt weg, ich glaub mal, da ist irgendwie... Da komm jetzt her, ich beschütze euch jetzt, komm. Hier, der Drop hier, wollen wir den mitnehmen, na? Erstmal die Beine hoch, aber das ist ein weißer, ne? Oh, 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 hört sich komisch an, die Bratze. Als wenn ich mich da jetzt noch an dem Drop auf halte, wenn da ein T-Rex im Wald steht. Das war kein T-Rex, der. Das war kein T-Rex, der. Das war kein T-Rex, der. Aber war hartes, der. Der war übelst im Wald. Ich hab eine Spitze gesehen. Der hat übelst im Wald, aber egal, was war, der hat übelst im Wald gekämpft. Übelst schnell war das Vieh. Hat das gebissen wie so ein Arzt. Der Knochenstego, der hätte uns auch gekillt. Ja, glaub ich auch. Glaub ich auch. Doch, die sind alle aggressiv. Echt? Die sind alle aggressiv, glaube, ja. Heute muss kurz auf, wir kommen nicht rein. Warte, Tor, schweigst du, den hier drin, entringst du. Stimmt. Blue! Du bist da, hey! Es ist egal, Hauptsache, die sind erst mal drin. Der ist die Followings. Der läuft gleich hin zu den anderen. Unable wondering. Guck mal, der läuft gleich hin, na? Ja, ja, weil die sich mögen. Die waren ja immer die ganze Zeit zusammen. Wer? Die beiden Partnern hier. Jetzt müssen wir nur noch Satteln machen, ja? Ha, er rennt, er rennt eine Zaun da. Was ist mit ihr in die Rede? Ja, der läuft hier. Ja, lass ihn, der kriegt ja kein Schaden. Kriegt ja kein Schaden, nur wenn er fertig... Dig, Alter, wie die rennen hier? Die bekloppt, Alter. Die machen wir ja richtig nervös, Alter. Ah, der Dings hat geschissen. Alfred hat einen abgekrotet. Nee, Alfred nicht. Wie heißt der? Ankelo? 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 An Arnold! Komm, ohne mehr kann. Dig, ich muss einfach den ganzen Mistchen, weil ich hier eine Taschen habe. Werkone. Ich brauche mal heizul reparieren meine Klamotten. Ja, ich dachte, ich soll Satteln machen. Machst du die jetzt schon? Wer macht Satteln? haben wir noch ein bisschen heitig immer kurz raus weil wo sie operieren die Beobachtung der Begründung für der Narkotikskraft haben so viele Narkotik und die Beobachtung ein bisschen umfassend durch ihn die verrückten Kinder die Brüder ab so ein bisschen Fleisch warum er ja wohl der Kassel was gut war Prozent die Sünden sind die hier durchgegendwann da wird an der Zukunft am Zauber auch gelaufen alles um die Sünder ist das ist nicht so schlimm mit dem Schwanz hier auch hier nur gleich heißen er wird mir ganz nervöser dann ist der Kacke Minister ich sage dir ich sammel die Kacke Ich habe jetzt hier noch viele kaputte Sachen, hier so eine Slingshot, ich weiß nicht, wer hatte die gehabt? Eke. Wahrscheinlich. Und dann habe ich Kinder die getroppt. Und wo sind sie denn? Die Moistens hier. Wurden Club, so eine Holzkeule. Ja, meine. Wasse? Ja. Sache geworfen. Vielleicht hast du viel zu viel Dreck, alter. Nimm mich am Start. Ich präpariert mal alles. Saufen kann ich ja auch mal ne Weile, ne? Ne Weile, ja. Ich saug mal ne Weile, ne? Ich präpariert mal meine Klamotten und wir glauben wir am Start für euch. So, der hat auch einen Saddl drauf. Zack, die Narkotik muss ich noch mitnehmen. Der Aproposatel jetzt oder was? Also, ehrlich gesagt, wir müssten mit denen wirklich mal einen Ausritt machen, aber dann wirklich mal so dahin, wo auch wirklich, wo wir wissen, dass es einigermaßen... Sicher gibt es hier nicht. Sicher, naja, sicher gibt es hier nicht wirklich, aber... Oder nicht so weit weg, sagen wir mal, und dann einfach Viecher killen, damit die sich leveln, weißt? Wie... Ich glaube, gleichzeitig hier Leder brauchen wir auch wieder fahren. Ich spiele fast alle Bären raus. Was ist denn da los? Aber ich glaube, ich werde Bären sammeln gehen. Wir haben noch 580 Leder. Wo? Nimmst du? Nimmst du? Nimmst du? Ich habe auch noch 991 Leder. Nimmst du? 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 so jetzt haben wir schon 716 Leder die sind von 6 Spoilet mit, die lasse ich hier drin ach hier hä? ja die lassen wir drinnen da war noch kein Feuil, die da ein Kostüm konntest du die noch geben, das ist eigentlich krass hallo wie macht das hast du auf Schwachsinn herrn, ne? Spoilet mit, wo soll ich da drin schmeißen? ja im Futtertruck ein bisschen und auf jeden Fall auch ein bisschen wir haben Leder 906 hab ich jetzt bin ich jetzt mal ach ja gut Spoilet mit, das wird ja immer Spoilet mit ich glaube ich werde mal, soll Ben erstmal holen oder was soll ich? ne ne, das reicht erstmal noch, wir haben eine Kiste noch genug hier so kann ich mal wo, was mal wegkloppen, ne? und dann hat der gerade gekackt, da der mach ich den jetzt so, ja weiter geht, was machen wir nun? ja die haben wir jetzt noch was anderes probieren, wir wollen noch alle die Bronto holen ja ja, und ach, noch ein bisschen was bauen? ne da müssen wir glaube ich erstmal wieder ein bisschen Farm für, obwohl, ein bisschen was haben wir glaube ich noch, ne? oder? Stein haben wir kaum noch was der hat ne geile Farbe, alter Blue, alter, so lila, alter da haben wir noch einen Flint, da haben wir 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 wirklich kaum so geht noch glaube ich 30 bis 50 Pfeile, ne? naja, der braucht ordentlich, naja, der braucht ordentlich 18 habe ich ich hab 46, aber du musst ja auch dich irgendwie verstecken können, da, vor dem Vieh also Ressourcen haben wir eigentlich, Ressourcen haben wir alles außer Stein ach, ich muss noch mal ein bisschen Holz nachvoll liegen, alter schon mal ist, alter schon mal ist, alter was denn? die Farbe von Blue, alter, mit dem, mit dem, mit dem, diese, diese Felien da oh, heftig, alter, was ist denn hier los, alter? was ist denn hier los, alter? aber, alter, sieht auch geil aus, die Farbe, muss ich sagen richtig geil, leider so wie die Halbzeit der Folge schon wieder? kann doch was nicht stimmen hier ist die Zeit 20. schaffst nicht viel abgeschissen, ne? 20. schaffst nicht viel, ne? naja, die reicht, reicht aber jetzt Folge also, da kommt wieder ein Trupp, Alter oh, der ist immer noch da oh, Level Up, wa? ja, was denn da los? ja, kommst du mir runter, wa? harte Hony, wie kann ich hier, wie kann ich noch mal Level ab einsetzen? wie geht das bei den Tieren, bei den Dode zum Beispiel geile Farbe, ne? Blue hier, ne? mit den Linen, alle nächstes Inventory machen und dann kannst du unten rechts und unten ach so da geh schissen hierher, da ist noch kein Level Up ist noch kein Level Up was heißt denn Unclaimed, ach so, was heißt Unclaimed Charlie Level 26, wie heißen das? hauten ihn weg? jo ne ist er selbst modern naja, so ein bisschen, ne? Angel, was ist denn Daniel? und da ist Daniel so, ich schmeiß noch mal jedes Mal zweimal scheiße ich hätte noch zwei die Lust, wo ist der zweite Deal? der rennt da hinten rum hier ist Elfriede und Daniel ganz ganz hinten ist die Sau die nehm ich jetzt noch mit und stellen den neben den anderen guck mal hier ist Alfred, ah da ist er doch dann war das so aber die kommt die gar nicht hinterher doch jetzt Elfriede ja mann Elfriede dein Witte Kaka aber ich hab keine Kaka denn er ist nur so krumm mit einem Schwanzen wir sind schon nicht so sunniclubber wir sind schon nicht so sunniclubber ich bin schon wieder weg den ganzen Mist hier die den hier fünfmal gegeben hat den Dreck hat für dich anruf einmal hier und hier erfolgt er wird sagen immer noch mal los und aber für dich er kommt wohl nicht dass sie jetzt vorgehen naja Bronto holen sie kann die Kacke in dem Weg sein Leben und Fleisch wollte Bronto ist auch kein Fleisch so muss in den und wird ja da wurde noch mal die andere Richtung geben und hat da kein Broto gesehen das ist ja nicht ganz zu weit laufen nimmt die jetzt die Tiere mit nee ich nehme keine Tiere mit die Lärmung hat dann lieber aber dies war auch kein Skorpion lieber so haben wir mehr von sie wieder Süppchen der Ruhrt ein Farming Hut oder hast du noch gar nicht getrommelt doch alle ich also will ich jetzt haben wir uns sagen die müssen heute noch führen das zieht aus wie deine Rolle oder halt so eine bessere Farbe als Dicke er passt das passt schon und da ist auch ein Level das ist auch ein real-life ein höherer Level Dankeschön alleine schon wollen rote Haare nein Quatsch ich nicht mehr so ohne los der Kanteil die Hohle ist da mehr an eine Tasche Ohrkappel hat das gefühlt mit ihr aber wir lassen Tiere hier müssen wir nur so gute Stelle ein mitnehmen nein Skorpion vielleicht übernimmt oder und wir müssen uns ja auch irgendwie verteidigen was er bekommt kein Raptor weil er hat das natürlich ein bisschen schneller und die wird auch Freunde gesagt ich bin gar kein mitnehmen gar kein mitnehmen nicht du wir gehen drauf auf jeden Fall immer dass er mitnehmen wenn er bekommt muss er und verkaufen ist er schon mitnehmen der Paare mit eine mitnehmen mitnehmen na nimm ihn mit eh was müssen wir ja mitnehmen wir müssen uns ja verteidigen ist ja so ist ja auch so oder wie ne noch ein Tier mit ne ich weiß hab nicht ne lass stecken ist egal lass es egal oh die können ich gleich wieder sterben die Hexen alter gegen den Zaun alter uh macht er uh uh abgehört ja oh die werden Lutschen hier mach Dings hell Fronni die hat übelst wenig hell merk schon hat ja ja mach auf jeden Fall hell 256 geil oh das gibt aber ganz schön viel alter hat er 70 dazubekommen oder so dann hätte ich mich daran auch gedacht ja hier muss man aber wie gesagt auch fassen ne in diese Richtung hier hat uns wieder wirklich ein Alpha wichs wichser ja ah der Alpha wichser ja kann aber auch sein dass der jetzt schon wieder woanders ist Unconscious so wie der war das Unconscious der Dodo na jetzt ist aber Schluss ach ist das denn T oder was nein jetzt ist aber Schluss mit den Dodos nennen wir noch Ronni und Robert oder was ja kommt noch da ist ein Affe Robert wo wir wurden von der Kontrolle das ist der der ohne Läder ich will einen muss nicht sein wir gucken mal komm ich muss jetzt weiter an den Pferden habe ich in der Tasche auf jeden Fall denn hohe wollen wir die versuchen wir den wieder weil der war ja wirklich gut das war zum Schluss verraten deine das ist ein bisschen schlimmer hat er in der du solltest nicht verraten nee das ist mir zu hart du solltest nicht verraten digi das will ich nicht haben das hat den Zuschauern erzählt ja ja wenn das hier Dodo Party oder wird ja Freunde wir hatten mal so einen Affen geteilt der ist aber dann nachher verreckt leider hat mich auch glaube ich vergessen zu sagen ne ja das wollten wir ja nicht du wollten wir den nicht sagen weil es ja jetzt kannst du auch für King Kong weißt du ein Pies mal tja kommt noch Alter wo sind denn jetzt die ganzen Borden von hier da ist aber laufen nicht ganz so schnell also ich würde vielleicht sogar links jetzt auf die Inseln gehen weil wenn wir jetzt hier geradeaus weitergehen da kam er ja noch andere Spaß ne der uns das Leben schwer gemacht hat wenn uns den Themen würden Alter diesen Alpharabd oder Alter Hader der Digga der Hader Digga da brauchst schon hier oh da komm ich nicht durch Alter Schuss gemacht brauchst du da glaube ich Fresse hier ist doch gar nicht irgendwie mehr Betäubungsmunition ne ich weiß ich würde ja vielleicht sogar wirklich mal hier obwohl ah jetzt wieder tiefes Wasser so ein Scheiß hier sind ganz viele Schilder hier kannst du rüber gehen der 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 kommt mit wir können mal über die Inseln hier gehen wir gehen wir mal über die Inseln hier was macht ihr jetzt wenn er genau dahin gelaufen ist das kann man ja nicht vorstellen weil der bleibt doch eigentlich immer so sein Gebiet finde ich also denke ich mir immer so wir laufen erstmal hier außen rum ich kann ganz außen rum gelaufen das ist halt eine Stonehenge Alter ja das weiß doch warum der Alpharabd da hier rumhängt das ist aber das ist aber da vorne ach so ein Anhalt ich bin wieder im Finkthof Alter das ist das Hader der das andere sieht so nice aus alle mit dem Lichtfall Alter du bist du denn da das ist krass ne da ist links Digga redig krass alter hier ist André guck dir doch mal angewidert über den Hader der oh oh ich weiß was du meinst da ein Paar er killt hä wir verkillten das nicht schlecht an einem Kahn Manni man hat hier Dodos klappt klappt ja Dylos meinst du Digga wo ist Dylos da ist noch ein Dylos oh da hinten ist ein Krokodil so wollen wir uns das mitnehmen ne das schauen wir nicht das ist bestimmt auch hart alter so ein Krokodil Alter so ein Krokodil ist bestimmt auch nicht ohne ey aber mit Krokodilseite können wir bestimmt auch nicht knallen ne ja den kann man sich mitnehmen als Beschützer alle Alter wieso ein Lecker denn so hier kann ich mich nicht bewegen Alter Krokodil ja da drüben ist halt Robert da drüben ist halt da drüben ist halt da drüben ist halt da sieht aus wie wenn eine Bumms da der oh ne wenn man sich da auf den Stein stellt und hat den Anpimmel aller könnte man es echt so nennen da muss hier erstmal durchkommen Alter durch das Wasser durch das Wasser ja da müssen wir wieder flaches Gewässer suchen irgendwie hier wahrscheinlich vor Ronny gerade hingehen schätze ich mal auf hier wird es vielleicht oder ich guck mal ob hier links am Start ist hier hier sind nur Kohl's ja da sind Piranhas da sind schon Piranhas Ronny wird Piranhas ja da sind Piranhas ja kommt Piranhas kommt Piranhas Ronny hau ab Ronny hau ab ok so hau es da ich seh die amaschen raus geschissen ne ja die ganze hör auf Ronny nee wo sie es wir müssen hier hinten rüber glaube ich das muss auch kurz wieder Gamma machen ja hier kommt es gar nicht rüber nee sieht schlecht aus ne eh hat aber gut hier dann kommt so rüber oh da hinten zwischen den Steinen genau aber den da drüben warte warte Jungs was ist denn das schon hier weiß nicht das aber ich würde wenn er aber auch wenn er denn würdest du das schon sehen der wird hier alles wegfressen er wird und ich sage den Brombo nur zu holen ja sie ist ja keiner sie ist ja hier also jetzt gerade nichts am Start hier kommt man rüber auch keine Piranhas sind hier ne was die ab die Gewerke wie man die anderen meint also hier sind wir scheiße ja die hängen hier auch fest Glück gehabt Alter stimmt da hat recht hier waren hier war nix also da war nix ja da wo ich glaube ich bin ja hier Jungs wait a moment er er blockt mich mit dem Skorpion wie sieht es aus wie sieht es aus mit dem Held vom Skorpion das ist doch voll naja kann ja sein aber gegen die Eskechung zu und hat die Folge beenden in 20 30 Sekunden was dann brauchen wir beide stimmen oder weil wir stehen gleich machen wir jetzt Schicht hier warte noch nicht erstmal noch mal was lutschen hier lutsch einfach noch mal warte hier Freunde top gelotcht so wir sind in der nächsten Folge und viel Spaß viel Spaß beim Zusehen wollte gerade sein aber passt ja viel Spaß beim Angucken ne 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 bis zum nächsten Mal